Ich habe von einer normalen Fliege was verleidigt. Ich habe die Fliege davonlaufen. Weil es halt um den Streif, weil ich in der Schule eben auch das erzählt werde, mit dem Vanillen, mit der für Andrea, da steckt die schon, glaube ich. Da ist die Baustür. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass der ihre Arme durch in die Schule rein.